Natalia Avelon ist eine deutsche Schauspielerin und Sängerin. Leben und Werk im Alter von acht Jahren übersiedelte Natalia Avelon mit ihrer Familie nach Ettlingen in den Stadtteil Schöllbronn. Erst dort erlernte sie die deutsche Sprache. Sie absolvierte ihr Abitur 2000 am Albertus Magnus Gymnasium. Als Jugendliche entdeckte sie bereits ihre Leidenschaft für den Film und studierte, nachdem sie zwischenzeitlich als Fotomodell gearbeitet hatte, Theaterwissenschaft in München. Ihre Schauspielkarriere begann sie 1998 mit einigen Werbefilmen, ehe sie durch ihre Mitwirkung in der Fernsehserie Verbotene Liebe erste Erfahrungen im Filmgeschäft sammeln konnte. Weitere Filmrollen folgten, darunter auch Auftritte in Fernsehfilmen und im Prolog der 2002 veröffentlichten Extra-Large-Version des Kinofilms Der Schuh des Manitou. Ihre erste große Hauptrolle spielte sie 2007 als Uschi Obermai in Das wilde Leben. Außerdem wirkte sie im Videoclip zu On Fire mit, der zweiten Single des Albums The Golden Forer Taste of Heaven von Alec Appier. Für den Film Das wilde Leben nahm sie zusammen mit Wille Wallow eine Neuauflage des Hits Summer Wine von Lee Huzzlewood und Nancy Sinatra auf. Die Single erschien am 26. Januar 2007 und erreichte im März Platz zwei der deutschen Single-Charts. 2017 veröffentlichte sie mit Love Kills ihr Debütalbum. Zu den prominenten Helfern, die an dem Album mitwirkten, gehören Bela B., Betty Dittrich und Guy Chambers. Zudem ist Natalia Avelon Mitglied des SWR 3 Live-Lyrics-Ensembles. Im September 2021 erschien eine Fotoserie in der deutschen Ausgabe des Playboy-Magazins. Auszeichnungen 2008 Diva Award – New Talent of the Year 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 Diva Award – New Talent of the Year